Herzlich Willkommen zurück auf meinem Kanal zu einem neuen Video. Mein Name ist Ramona für alle, die neu sind und heute geht es um die Planung für den Mai 2024. Ich hatte bereits Anfang letzten Jahres angefangen, damit zu Monatsplanungsvideos hier hochzuladen auf YouTube. Und dadurch, dass ich dann aber komplett mit YouTube erstmal pausiert habe, gab es natürlich auch keine Planungsvideos. Aber jetzt möchte ich wieder regelmäßig auf YouTube hochladen und Videos produzieren. Und da gehört dann eben auch so ein Planungsvideo dazu. Zum einen gucke ich die selber ganz gerne und zum anderen hilft es mir auch, mich ein bisschen zu sortieren und zu gucken, was möchte ich dem Monat machen, was will ich umsetzen und was will ich erreichen. Eine große Veränderung in meinem Leben ist ja, dass ich das Studium beendet habe und jetzt ab Mai eine Vollzeitstelle antrete. Daher habe ich dann auch nur noch am Wochenende Zeit für UMO Berlin. Und dadurch wird es natürlich auch ein bisschen stressiger. Ich habe mich entschieden, dass ich keine Märkte dieses Jahr machen werde. Ich bin so ein bisschen am überlegen, ob ich noch so einen Weihnachtsmarkt im Dezember mitmache. Der war letztes Jahr ziemlich cool. Der ging auch nicht so lange. Der war nicht den ganzen Tag. Und der ist dann Samstag und Sonntag. Und der lief auch recht gut. Ja, aber da würde ich mir dann wahrscheinlich Montag und Freitag frei nehmen auf jeden Fall. Aber das muss ich ja jetzt noch nicht entscheiden. Jetzt kommt erst mal der Sommer. Aber ansonsten werde ich definitiv keine Märkte machen. Und daher muss ich mich jetzt umstellen auf Online-Geschäft, was ich bisher einfach, man kann nicht mal sagen, vernachlässigt habe, sondern einfach ehrlich gesagt boykottiert habe. Ich habe wirklich alles getan, um online nichts zu verkaufen. Also mein Etsy-Shop ist gefühlt immer leer. Mein Online-Shop ist immer noch nicht online, obwohl er fertig ist. Also ich habe den fertig erstellt mit Vukumas. Ich habe immer noch eine Sperre davor, damit das niemand aufrufen kann. Und das will ich auf jeden Fall dieses Jahr angehen. Und ich dachte, ich nehme euch da einfach ein bisschen mit und lasse euch daran teilhaben. Das zwingt mich auch ein bisschen dazu, aber ein bisschen vorzubereiten und nicht so planlos zu sein. Weil manchmal nehme ich mir immer ganz viel vor und dann reicht einfach die Zeit nicht. Und dann bin ich ganz unglücklich mit mir, weil ich das alles nicht geschafft habe. Und deswegen ist das Ziel, einfach in den nächsten Monaten herauszufinden, was kann ich am Wochenende umsetzen, ohne dass es totaler Stress ist, sodass ich immer noch Freude dran habe und ja auch noch Freizeit habe, im Bett liegen kann, Serien gucken kann oder mich mit Freunden treffen kann und das nicht irgendwie total stressig wird. Dann hole ich mal jetzt meinen Laptop und dann zeige ich euch mein Notion Board. Ich hoffe, ihr verzeiht mir, wenn ich ein bisschen runtergucke, aber ganz auswendig weiß ich es leider nicht. Deswegen muss ich manchmal ein bisschen auf den Laptop schauen. Und zwar seht ihr jetzt mein Notion Board, also ein kurzer Überblick. Ich möchte einfach das Wachstum so ein bisschen tracken von YouTube, von TikTok und Instagram. Das hatte ich ja letztes Jahr schon gemacht. Dann natürlich meine Ziele für den jeweiligen Monat, in dem Fall jetzt den Mai. Und dann natürlich auch Einnahmen, Ausgaben. Da habe ich jetzt diesen Monat noch nichts. Ich weiß zwar, wie viel ich eingenommen habe, aber ich weiß tatsächlich nicht, wie viel ich im April ausgegeben habe. Es ist jetzt kein Riesen-Minus oder kein Riesen-Plus, aber ich bin da ein bisschen sehr schludrig, was das angeht. Und ich hatte letztes Jahr das Jahr angefangen, dass ich das dann immer eingetragen habe in den ersten Monaten. Also wie viel ich tatsächlich, also wo ich bei Candle Shack oder im Töpferbedarf oder wo auch immer, wenn ich bestellt habe, dass ich das dann immer gleich eingetragen habe. Und es hat mir tatsächlich dann geholfen bei der Steuererklärung. Deswegen will ich das jetzt auch wieder machen, weil das wirklich hilfreich ist. Plus ich möchte halt wirklich auch einen totalen Überblick haben. Dann starte ich mal mit YouTube. Ich habe ja einen deutschsprachigen Kanal, also diesen hier. Und dann habe ich tatsächlich auch noch einen englischsprachigen Kanal, wo ich relativ wenig bisher hochgeladen habe. Und Stand heute habe ich auf YouTube 2.490 Abonnenten und im April hatte ich bisher 6.219 Aufrufe und 351,1 Stunden Wiedergabezeit. Dann auf meinem englischsprachigen Kanal habe ich aktuell 59 Abonnenten, hatte im April 37 Aufrufe und 0,6 Stunden Watchtime, also Wiedergabezeit. Bei TikTok stehe ich gerade bei 8.345 Follower und 1,7 Millionen Likes. Auf Instagram habe ich gerade 2.186 Follower. Und hier seht ihr die Übersicht für Einnahmen und Ausgaben. Das kennt ihr ja schon von den letzten Videos vom letzten Jahr. Und nächsten Monat zeige ich euch dann, was ich so im Mai umgesetzt habe. Kommen wir zu den Zielen und zwar habe ich ja diese Schalen, die nennen sich Eat-Me-Dip-Me-Bowls entwickelt und die sind ein bisschen viral gegangen auf TikTok. Deswegen hatte ich da so eine kleine Nachfrage. Und bisher habe ich sie nur mit weißer Glasur verkauft, weil ich hatte einige Probleme mit der transparenten Glasur. Und glücklicherweise war der letzte Brenntest jetzt erfolgreich, sodass ich jetzt die Schalen, die schon geschrüht sind, jetzt endlich bemalen kann und glasieren kann. Und dann hoffentlich Ende Mai dann eben in meinem Etsy-Shop einbieten kann. Dann habe ich in den letzten Monaten so verschiedene Prototypen entwickelt für eine Kerame-Kollektion und habe mich jetzt für einen Prototyp entwickelt. Das ist eine Schale wieder, eine bisschen andere Schale als die Eat-Me-Dip-Me-Schale. Und ich wollte jetzt morgen da nochmal den Prototyp nochmal wiederholen, ob ich das wieder so hinkriege. Das spielt ja auch eine große Rolle. Wenn man es einmal toll hinkriegt, heißt es noch lange nicht, dass das immer wieder so wird. Also jedenfalls bei mir nicht. Ich bin jetzt wirklich nicht so der Töpfer-Profi. Ich lerne es ja gerade auch erst. Und wenn es klappt, dann würde ich da im Mai so eine gewisse Stückzahl produzieren, trocknen lassen, sodass ich sie dann im Juni glasieren kann und anbieten kann. Und dann teste ich gerade schon länger an der Tasse, an der Tassenform rum und habe mir jetzt nochmal neue Sachen bestellt dafür, weil ich möchte dann nach der Schalen-Kollektion eine kleine Tassen-Kollektion machen. Ja, da wollte ich auf jeden Fall auch einen Prototyp entwickeln. Ich hoffe, das klappt so, wie ich mir das vorstelle. Man weiß es ja leider nie so beim Töpfern. Dann habe ich wieder einen Auftrag bekommen von diesem kleinen Laden hier in Berlin. Die bestellen eigentlich jeden Monat ein paar Kerzen und die muss ich auf jeden Fall auch noch gießen. Eigentlich wollte ich sie schon gießen, aber dann habe ich festgestellt, ich habe nicht mehr genügend Wachs da und warte gerade auf die Wachslieferungen, damit ich die gießen kann. Und aktuell verwende ich ja noch zwei verschiedene Wachse, also einmal das Soja-Wachs C3 und das Raps-Kokos-Wachs von Candlecheck mit dem Namen RCX. Und das mag ich tendenziell lieber. Ich habe aber noch ein paar Düfte, wo ich das C3 verwende und mich nervt dieses Wachs einfach aufgrund dessen, dass ich da irgendwie immer diese Senklöcher habe und es immer so eine Extrawurst ist. Ich komme damit klar. Ich sage jetzt auch nicht, dass es ein schlechtes Wachs ist. Es hat auch so seine Vorteile, dass zum Beispiel der Schmerzpunkt nicht so niedrig ist wie beim Raps-Wachs. Aber die Senklöcher nerven mich und deshalb will ich mal testen, ob ich dasselbe Duftergebnis bekomme, wenn ich die Duftöle auch in dem Raps-Wachs gieße. Das wäre auf jeden Fall eine Arbeitserleichterung für mich. Und dann ist es ja so, dass ich immer predige, lasse die Kerzen immer zwei Wochen stehen nach dem Gießen, insbesondere wenn er Soja-Wachs verwendet. Jetzt teste ich gerade, also ich habe schon damit angefangen, ob es einen Unterschied gibt, wenn ich das Raps-Wachs nach drei, vier Tagen anzünde oder erst nach zwei Wochen. Ob ich da bezüglich der Duftstärke einen Unterschied merke. Und das will ich auf jeden Fall alle Düfte diesen Monat durchtesten. Das wäre auf jeden Fall auch nochmal eine Erleichterung für mich, wenn ich nicht immer zwei Wochen warten müsste. Und dann möchte ich gerne so einen kleinen Kerzenvorrat gießen. Also ich habe in meiner kleinen Wohnung immer kaum Platz dafür gehabt. Deswegen habe ich dann oft einfach nur auf Bedarf gegossen. Und so in den Wintermonaten, wenn ich dann viel auf den Märkten war und dann doch auf Vorrat gegossen habe, stand überall alles rum. Und es war wahnsinnig nervig und war eigentlich immer so ein bisschen froh, wenn dann Weihnachten kam und ich endlich aufräumen konnte. Jetzt habe ich nochmal neue Regale besorgt und ein bisschen mehr Ordnung reinbekommen und dadurch etwas mehr Platz gewonnen, sodass ich so ein bisschen so einen kleinen Vorrat gießen möchte. Für alle, die es nicht wissen, in meiner Küche befindet sich mein Kerzenstudio und in meinem Flur befindet sich mein Töpferstudio. Und das ist auf jeden Fall sehr klein. Ich habe eine Einzimmerwohnung, ist jetzt nicht riesig und da muss ich immer so ein bisschen haushalten, wie ich was wohin schiebe. Wenn ihr gerne wissen wollt, wie das aussieht, wie ich mich da so organisiere in meiner Küche und in meinem Flur, sodass ich da irgendwie halbwegs eine Ordnung halten kann, dann lasst es mich in den Kommentaren wissen. Dann drehe ich da mal ein kleines Video dazu. Jedenfalls möchte ich einen kleinen Vorrat gießen, sodass ich dann nicht jedes Mal, wenn eine Bestellung reinkommt, erstmal gießen muss, sondern dass ich sie dann auch gleich verschicken könnte. Und mein letztes Ziel für den Mai ist, zwei Videos pro Woche auf Social Media hochzuladen, also YouTube Shorts, Reels und TikToks. Ich weiß, dass man eigentlich mehr Videos die Woche hochladen müsste, um zu wachsen, aber das ist neben einem Vollzeitjob einfach für mich gerade nicht realistisch. Und ich möchte dann immer ein Keramikvideo und ein Kerzenvideo hochladen, sodass sich das so ein bisschen die Waage hält. Und ich habe im April, da hatte ich ein paar Tage frei, da habe ich schon ein bisschen vorgedreht und das möchte ich auf jeden Fall so erstmal probieren. Und wenn ich dann vielleicht auch mehr Material habe, aktuell drehe ich halt extra dafür, aber wenn ich dann mehr Material habe, dann kann man das ja auch ein bisschen verwurschteln und wieder anders zusammenschneiden und hat dadurch dann ein neues Video, aber eigentlich mit altem Material. Aber das habe ich gerade nicht und deswegen, und ich muss auch so ein bisschen auch meinen Stil finden. Ich weiß noch nicht so wirklich, was ich machen will. Ich probiere jetzt einfach mal aus, die nächsten Wochen und Monate und gucke mal, was mir da so einfällt und wie das so ankommt und so weiter. Also ich habe jetzt da keine großen Erwartungen, aber ich will es auf jeden Fall angehen. Ja, und das war es im Prinzip schon. Also das sind so meine Ziele für den Mai. Und ja, dann sehen wir uns auf jeden Fall dann entweder Ende Mai oder Anfang Juni für ein neues Planungsvideo wieder und dann schauen wir mal, wie weit ich gekommen bin, was ich davon umsetzen konnte, wie mein Wachstum war und meine Einnahmen und Ausgaben. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen und wünsche euch noch eine schöne Woche und bis dann. Tschüss!